Im Wohnpark zum Altmark befindet sich im Erdgeschoss die Tagespflege. Hier können von Montag bis Sonntag von 7 bis 16 Uhr circa 15 Tagesgäste betreut werden. Das Angebot der Tagespflege orientiert sich an den Gästen und deren Angehörigen. Ziel ist es, pflegende Angehörige, die zum Teil auch noch berufstätig sind, zu entlasten und den Aufenthalt unserer Gäste in unserer Einrichtung so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei sind wir bestrebt, die Selbstständigkeit unserer Tagesgäste zu erhalten bzw. möglichst zu fördern. Wir strukturieren den Tagesablauf gemeinsam und bieten vielfältige Betreuungsangebote an. In regelmäßigen Abständen finden in unserer Einrichtung Feste statt, die zum Teil auch mit den Angehörigen gefeiert werden und mittlerweile schon zur Tradition geworden sind. Außerdem organisieren wir Ausflüge sowie Besuche von Vereinen und pflegen den Kontakt zum örtlichen Gemeinwesen. So werden positive Erlebnisse und Höhepunkte gesetzt, die ein Stück Lebensfreude schenken. Wir bieten unseren Tagesgästen durch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter eine professionelle Betreuung und Pflege, während Ihren Aufenthaltes bei uns an. Weitere Leistungen sind unter anderem grundpflegerische Verrichtungen, behandlungspflegerische Maßnahmen laut ärztlicher Anordnung. Auch sind wir gern behilflich beim Ausfüllen von Anträgen oder organisieren externe Dienstleistungen wie zum Beispiel Fußpflege, Friseur, Füße oder Ergotherapie. Durch unseren hauseigenen Vordienst ist der Hohl- und Bringdienst gewährleistet. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns in der Tagespflege unter folgender Telefonnummer 037 292 28 3002.